Das ist Hot Club beim Fireballs Festival. Wie ihr wisst, haben wir auch schon mit einigen Originalstars aus den 50er Jahren aus den USA zusammengespielt. Chuck Berry zum Beispiel oder die Musiker von Bill Haley, Bill Haley's Original Comets und auch Wanda Jackson. Und wir haben uns im dritten Jahr vorgenommen, auch einen Originalstar, eine Originalstimme dieser Zeit auf unser Festival zu holen. Und wir freuen uns sehr, dass sie zugesagt hat. Die First Lady of Rock'n'Roll and Country Music, Wanda Jackson, Wer also diese Ikone, die bekannteste weibliche Stimme im Rock'n'Roll der 50er Jahre, nochmal live sehen möchte, der sollte vorbeikommen am Auftakttag, nächste Woche Freitag am 4. Juli. Da steht sie mit uns auf der Bühne, Wanda Jackson. Und für alle diejenigen, die nicht wissen, was das für eine Dame ist, das ist die Frau, die ihre erste Tournee über mehrere Monate zusammen mit Elvis Presley hatte und den weiblichen Rock'n'Roll-Hit gelandet hat. Das ist das Motto für heute Nachmittag. Let's have a party! Das ist das Motto für heute Nachmittag. Das ist das Motto für heute Nachmittag. Das ist das Motto für heute Nachmittag. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh